Musik Cookies, Comic-Cookies. Spezial. Lecker. Schoki. Was? Licht aus. Spot on. Schoki. Es ist Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr. Und hier hört Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5. Mensch Christian, so wie du das sagst, ist es ja spektakulär. Fast smooth. Zu dieser neuen, super, 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 super neuen Anfangsmusik von Schoki Banoki. Das war einfach mit Jive. Wie findest du die? Geil. Hast du die gehört, Mann? Nee, ich weiß nicht. Hat ja einer für uns komponiert. Richtig. Aber ein richtig cooler Typ. Aber ein richtig cooler Typ. Und das T-Shirt ist auch cool, was du anhörst. Das T-Shirt ist super cool. Das hat auch ein richtig cooler, cooler Typ gemacht, die T-Shirts. Aber hallo. Ich nenne ihn mal S.E. Genau. Sascha, wie geht's dir? Mir geht's blendend, bis auf körperlich. Es ist halt ein bisschen schlecht. Ja, das kommt mit dem Alter. Gemüht gut, aber der Körper, der macht gerade nicht so mit. Siehst aber trotzdem noch ganz schnuckelig aus, wenn ich das so sagen darf. Aus deinem Mund hört sich ein bisschen ekelhaft aus. Sascha, wir haben Gäste im Studio. Ja, wir haben drei Gäste im Studio. Einmal den José hier, Kamerakind. José ist gerade da irgendwie am Machen. Sag doch mal hallo. Guten Abend. José, das ist unser Comiczeichner hier in der Runde. Und da ist der Comicstammtisch, der Vertreter vom Comicstammtisch in Frankfurt, sind bei uns im Studio. Das heißt, der Marschall. Sag mal hallo, Marschall. Gude. Du musst ja ein Mikrofon drehen. Gude. Ja, genau. Und der Steffen ist auch da. Guten Tag. Ja, das war sovren. Kurz und bündig. Souverän. Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, genau. Ich würde sagen, bevor wir die Zuhörer aufklären, was der Steffen macht, wie es in deiner Hose aussieht, was der Marschall macht und ob der Marschall der Erfinder des Marschallplans ist oder nicht. Oder nicht. Das klären wir nach der ersten Musik. Ich habe ja eine Vermutung. Ich auch. Aber ich sage es noch nicht. Ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen rockige Musik. Rockig im Sinne von Mädchenmusik? Ach nee, du bist gut. Ja. Schoki Banoki. Heute hier aus den Studios von Radio Rheinwelle. Heute mit den Gästen José, Steffen und Marschall. Hey, hi, Simus. Ich bin auch hier, Sascha. Ja, ja, du bist auch da. Ja, ich bin auch da. Hallo. Du bist jetzt geringfügig unwichtig. Oh, Mann. Klasse, dass du da bist, José. Ja, super. Ich freue mich auch immer, hier zu sein. War schön mit dir. Bis dann. Ja, tschüss. Dein Comicstammtisch ist ja heute erst einmal da. Und über den Comicstammtisch würden wir gerne mal ein bisschen plaudern, bevor wir mit dir reden, José. Ist okay? Sehr gut. Verdunisier dich einfach mal nach hinten so. Tschüss. Nein. Erzähl doch mal, was ist der Comicstammtisch Frankfurt? Da würde ich mich mal dafür interessieren. Ja, der Comicstammtisch Frankfurt ist ein lockerer Zusammenbund von Leuten, die sich halt für das Sammeln oder Produzieren von Comics betrifft. Nee, ja. Und das in Frankfurt. Und das in Frankfurt. Zur Geschichte kann aber der Kollege Marshall vielleicht ein bisschen. Marshall, wir zwei beide. Welche Geschichte? Geschichte der Comics oder Geschichte der Stammtisch? Geschichte des Stammtischs. Ach, den gibt es ja erst 30 Jahre. Naja, 30 Jahre ist ja um die Ecke sozusagen, ne? Als Gründungsmitglied führt mir das mal ein Alter immer wieder vor Augen. Du bist Gründungsmitglied vom 30-jährigen Comicstammtisch? Ja, ja, ja. Alter Verwalter. Ich habe das ganze Ding auch 25 Jahre organisiert. Da warst du wieder gegründet worden, das warst du 45 oder was? Na dran, na dran. Witzig. Anschluss. Ja. Ja, der ist halt gegründet worden. Da waren übrigens auch Wiesbadener, die den gegründet haben. Wie viel wart ihr? Ich glaube, der erste stammtisch sechs oder sieben. Seid ihr in e.V.? In wen? Ein e.V. Eingetragener Verein. G.V. verstanden. Das war nur der Scheiß. Das ist was anderes, Marsch. Nach 22 Uhr, bitte. Nach 22 Uhr, bitte. Ein G.V., aha. Nee, ja, das war noch... Hattet ihr dann auch am Anfang so Kaviar und so? Oh. Jetzt lass ihn doch mal erzählen, bitte. Der eine oder andere hatte schon Störeie gehabt. Mh, lecker. Wir wollten doch über Comics wissen. Comics, da habe ich auch was für Frauen immer Comics. Frauen, ja, jetzt, mehr denn je jetzt. Also, in letzter Zeit, doch, ja. Ich nehme zu, ja. Ja, ja, ja. Die Frauen nehmen bei euch zu, aha, okay. Die wohnen schon wieder ab. Ja, ja. Lass die Füße unten, das Niveau kommt auch so durch, danke. Also, erzähl, Comic-Stammtich am Anfang mit 6, 7 Leuten und dann hat sich das mit den Jahren aufgeworfen. Bis heute entwickelt, bis wie viele, oder wie viele seid ihr heute? Knappe 15, ne. Okay. Und das wechselt immer mal wieder, oder? Ja, ja, ja. Wechselnde Besetzung. Es sind Zeichner dabei, aber auch viele, einfach Leser, Sammler, Fans. Wir hatten auch schon Verleger, Übersetzer. Was haben wir sonst noch alles genannt, ne? Lettere, also Leute, die irgendwie mit Comic zu tun haben oder eben mit Cartoons, ja. Wir waren schon dabei. Und habt ihr dann bestimmt das Thema bei jedem Stammtich, oder wie oft ist der Stammtich denn überhaupt? Der Stammtich ist einmal im Monat, jeden ersten Dienstag in Frankfurt im, wie heißt das Ding, Metropol. Na, wenn du es nicht weißt. Ich werde immer hingefahren. Also, und zurück weißt du den Weg nicht mehr, weil dann ist, trinkt ihr dann viel Alkohol? Ja, ja klar. Es gibt ja bestimmt auch Alkohol-Comics. Ja, jetzt gibt es ja gerade aktuell auch ein Comic über Bier, eben anlässlich der 500-Jahre-Reinheitsgebot. Es gibt ja nicht nur Jubiläen wie 70 Jahre Lucky Luke, sondern es gibt auch 15, 16. Ja, aber das ist leider nicht bei uns gemacht. Hast du das verstanden, Christian? 70 Jahre Lucky Luke und das Reinheitsgebot gibt es seit 500 Jahren. Ja, das erkennt sich auch. 15, 16 ist das Jahr. Genau, 15, 16 bis 20, 16. Sag das doch mal für blöde, Mensch. Und der Tag des Bieres war am vergangenen Samstag, der 23. April. Oh ja, ist ja gut. Ja, oh ja, schlau wieder. Da gibt es halt, wie gesagt, einen Comic, den haben ein paar Kumpels von uns in München gemacht mit Kurzgeschichten zum Thema Bier und zur Geschichte des Bieres und so. Wird bestimmt irgendwann auch mal hier zu kaufen sein. Und das sind dann immer so Themen, die ihr dann besprecht dort? Nee, ja, in der letzten Zeit ist es eigentlich eher so ein... Ja, saft gelagert. Locker zusammen damit, essen, trinken. Als rennige Sohn war es, als renn, 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 renn. Was gibt's da? Was gibt's da? Nochmal Bier, was kommt es mit Schlüsseln und so und so. Nee, wir hatten früher, also wir hatten tatsächlich in der Anfangsphase, dieser Comic-Stammtisch ist eigentlich gegründet worden. Und wie gesagt, von zwei Wiesbadnern und dummerweise in Frankfurt. Weil in Frankfurt gab's diese Romanfabrik, das war früher so ein Künstlerhaus, da haben Künstler gewohnt und die hatten halt einen Riesenkeller, den sie für Events genommen haben. Und da gab's halt für ein Programm, für einen Themenabend im Prinzip, gab's dann einen Zuschuss von, ich glaub 100 Mark war's damals. Wenn man einmal im Monat einen Stammtisch, einen regelmäßigen Treff organisiert hat, da gab's Autorenstammtisch, Jazzstammtisch, was auch immer. Und eben diese zwei Kumpels aus Wiesbaden haben das gehört und haben gesagt, oh, da können wir Kohle machen. Einmal im Monat, 100 Mark. Und vielleicht entdecken wir dann zufällig auch noch einen neuen Möpius oder irgendeinen anderen bekannten Zeug, einen neuen AG oder einen neuen Franke. Alles Namen, die den Comic-Fans hier was sagen. Oder den José. Oder den José, ja. Den haben wir dann entdeckt. Oder beziehungsweise er hat uns entdeckt. Aber das ist ja auch egal. Das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Das ist ja auch wirklich ein leidliches Thema mit dem José. Die Bedingung war halt, dass eben ein Programm gemacht wird und das wurde dann halt auch gemacht. Es gab eine Ankündigung, es gab so ein kleines Heftchen, ein Programmheftchen in dieser Romanfabrik. Und so haben wir dann damals eben Podiumsdiskussionen, Vorträge, Lesungen. In der Kneipe. In der Kneipe, ja. Wir hatten Ausstellungen, wir haben ein eigenes Magazin hergestellt. Und das war immer irgendwie auch von den Themen, ja. Es ging mal über Zensur im Comic, über Sex im Comic, über... Sex mit Comic. Und da ist der José zu euch gekommen. Das ist mir schon klar. Habt ihr schon mal... Habt ihr schon mal... Ich hatte gerade kurz die Kamera verwackelt. Habt ihr schon mal Sex mit Comics gemacht? Ja, das tut mir weh, wenn du vorne die Heftlamier dann kommst. Aber... Es gibt ja Klebebindungen. Ja, das stimmt. Ja, das klebt dann auch ganz ordentlich. Oh Gott, du driftest ab. Wie kriege ich diese Bilder wieder aus dem Kopf? Der José zeigte auch alles auf. Ja, und das war halt, wie gesagt, eine sehr schöne Sache. Und das ging auch so über Jahre. Und dann irgendwann musste die Romanfabrik schließen, aus irgendwelchen Gründen. Dann haben wir uns halt weiter getroffen. Aber halt an anderen unterschiedlichen Orten, eben in verschiedenen Kneipen, die den Platz hatten. Du brauchst ja ein gutes Lichtverhältnis, dass du auch die mitgebrachten Comics dann auch sehen kannst. Du brauchst Licht, du brauchst ein bisschen Ruhe. Möglichst irgendwie einen Raum für sich oder zumindest eine Ecke. Und über die Jahre ist das eben gewandert. Und jetzt sind wir eben unten am Dom, im Metropol. Ja, kurz vor mir in Mainfeld. Ja, und... Und wie es jetzt mit dem Comic-Stammtisch weitergeht? Das werden wir gleich ab der nächsten Musik besprechen. Ich bin mal gespannt, was der Steffen uns alles so erzählen kann. Ob er uns auch so einen 10-minütigen Monolog wie den Marshall da irgendwie darlegen kann. So, Steffen, jetzt musst du dich vorbereiten. Wir wollen die Messlatte nicht allzu hochlegen, aber die liegt schon sehr hoch. Ich nehme meinen Gedanken vor, was du alles erzählen musst. Was hast du gesagt? Aber du hast noch Zeit bei dieser rockigen Musik wieder. Rockige Musik? Rockige Musik. Ich spiel's mal an. Oh. Green Day nochmal. Ich liebe Green Day. Oh ja. Wir sind zurück bei Schoki-Banuki aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5. Am Mikrofon ist der Christian, der... Sascha. Der... Steffen. Der... José. Der... Marshall. Richtig. Und wir haben den Comic-Stammtisch Frankfurt zu Gast heute. Boah ey, wenn du das so sagst, dann finde ich das total ekelhaft. Weil ich muss dir das Mikro auch. Wenn ich das nächste Mal in dem Mikro bin, dann ist die ganze... Ach, komm, hör auf. Ach, komm, hör auf, ja. Sascha. Christian. Du bist so am Kauen. Was hast du gegessen heute? Ich habe gerade eben noch mir was zwischen die Kiemen geschmissen, weil ich habe heute den ganzen Tag nichts gegessen. Oh. Oh. Alle mal bitte zusammen. Oh. Also außer Frühstück, Mittagessen und Abendessen hast du nichts gegessen, das Kleine. Kaum was, reicht mir auch nie. Ja. Steffen. Ja? Du hast uns noch was zu erzählen vom Comic-Stammtisch. Ja, dass der Comic-Stammtisch dieses Jahr 30 Jahre wird, hatte Marshall, glaube ich, schon erwähnt, ne? Richtig. Also was den seit 30 Jahren gibt. Und wir überlegen uns gerade noch so ein bisschen das Rahmenprogramm, was da stattfinden könnte. Ein Ding wäre natürlich ganz toll, wenn wir so ein Heft zusammenbekommen würden mit allen möglichen Künstlern aus unserer Region hier. Und dazu sind einfach alle erstmal recht herzlich aufgerufen, die irgendwie was beisteuern können, sei es selbst gezeichnet oder eine Story mit einem Zeichner zusammen. Da machen wir ganz gerne... Das ist der Rosé-Ansprechpartner hier. Ja, genau. Ich bin dabei. Der Rosé ist auf jeden Fall ein Wunschkandidat. Ich bin raus, ich hatte in Kunst fünf Punkte, deswegen sage ich euch gleich, also mir könnt ihr da nicht rechnen. Das bedeutet aber, dass du auf dem Gymnasium warst und das glaube ich jetzt eher weniger, ehrlich gesagt. Ich war mal drin. Da wo du warst, gab es noch Noten, keine Punkte. Okay, es war eine vier plus. Fünf. Es war eine fünf, nicht fünf Punkte. In Kunst, das muss man überlegen. Ich kacke mit deinen Punkten. Immer wenn du Punkte erwähnst, dann sagt es aus, dass du auf dem Gymnasium warst. Hör auf. Komm her auf. Nee, keine. Genau. Bis wann? Wann ist denn der Geburtstag? Wann ist denn der Geburtstag, wenn der Rosé wissen? Wann ist denn der Geburtstag? Du hast irgendwas gesagt von Mitte des Jahres. Ach, Geburtstag. Nein, wir sagen jetzt einfach mal. Machen wir variabel. Jubiläumsjahr 2016. Achso, Jubiläumsjahr. Genau. Das heißt, 86. Sascha war richtig geil. Kurz vor meiner Geburt. Ja, als Tschernobyl war, als Boris Becker das zweite Mal Wimbledon gewonnen hat, als die WM im Finale verloren ging, die Hand Gottes, das ist alles da passiert. Ja, ich bin gerade in die Schule gekommen. Also, meine Stadt ist geboren, liebe Grüße. Und der 470. Geburtstag des Reinheitsgeburts. Das darf ich nicht vergessen. 470. Geburtstag des Reinheitsgeburts. Richtig, genau. Ja, das ist doch mal ein gutes Jahr. 15.16 bis 2016. Du hast gesagt, Steffen, ihr ruft auf, Beiträge zu geben. Einheitsgeburts ist ja mein Stichwort. Heute testen wir hier Astra-Rakete. Mal gespannt. Astra-Rakete mit Citrus-Wodka. Das ist auch cool, ne? Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, lass es dir schmecken. Stimmt, macht's gut. Ja, schmeckt frisch, finde ich jetzt. Ich denke, Citrus, schmeckt man sofort. Bier aus Hamburg. Natürlich, ja klar, Astra, das ist der Hamburger Ding. In den Wodka schmeckt man nicht so richtig raus. Citrus, also es schmeckt eher wie Radler, aber es hat 5,9%. Einzige Zeichnung, gestemmte Geschichten, da seid ihr optimale Spargen. Ja, Astra-Rakete. Für jemanden, der Radler trinken möchte, aber trotzdem, dass es knallt, ist ein Tipp. Auf jeden Fall. Gutes Ding. Willst du auch? Ja, lass mich mal probieren. Probier mal. Hast du? Ja. Und? Ich als nicht-Biertrinker finde es gut. Bravo. Immer wieder zum Comic-Stammtisch. Also es muss für eine Brunner-Muppe-Jugend-Frei sein. Was darf ich dir mal mit? Sascha wird es denn nämlich nur kaufen, wenn da wirklich nicht-jugend-Frei-Sachen sind. Du wolltest das doch in der Grundschule verteilen nachher umsonst. Also okay. Im Sexualkunde-Unterricht. Okay, okay. Ja, das ist vorgestellt. Ja, Sascha, kannst du malen? Ich kann malen, ja. Es sieht nur scheiße aus. Ja, okay, ja. Du kannst es natürlich malen, dann ist es aber kacke. Obwohl, ich habe schon zwei Comic-Bücher veröffentlicht. Jetzt guckst du blöd, ne? Ja, jetzt guckst du echt blöd. Ja, ich habe zwei Comic-Bücher im Verlag M. Naumann veröffentlicht. Also der Rosé hat gezeichnet, du hast ihm die Zeichnung geklaut und hast dann... Mit dem Rosé habe ich ja Comic-Bücher veröffentlicht, das ist richtig. Aber ich habe selbst gezeichnet. Ich habe da ungefähr vier Jahre für gebraucht, mit so einem Comic-Bahn. Aber ich musste mir ja erst einmal die Technik irgendwie draufschaffen, wie man das macht mit den Konturen, mit dem Einscannen und mit dem Kolorieren und sowas. Wusste ich überhaupt nicht damals. Aber der Verleger hat damals zu mir gesagt, als ich ihm so einen Text gegeben hatte, weil ich bin ja eigentlich Autor, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, so ein Text, alles klar. Hat der Verleger zu mir gesagt, ja, okay, kannst du das als Comic? Ja, klar kann ich das als Comic, ist doch logisch, ne? Dann habe ich ein Comic gemacht. Okay. Ja, und das war mein erster Verlag. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal was zu zeichnen? Klar, gib mir einen Stift. Für unseren Sammelband. Gib mir einen Stift und dann kann ich... Ich habe total gehalten. Sascha wird einen Beitrag leisten zum Comic-Stammtisch 30 Jahre Geburtstagsparty. Was ich total gut kann, sind Frühstückseier. Also super, also total geil. Das ist schon mal ein Anfang, ja. Ja, aber ich glaube, es ist vernünftiger, wenn der José zeichnet und ich mache dann in die Sprechblase was rein. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich würde dazu stimmen, dass vielleicht der José das macht, Sascha. Nur mal so. Wir werden was Vernünftiges beisteuern für das Comic-Stammtisch, da freue ich mich schon. Wie gesagt, so ein Stichtag ist schon mal... Komm doch näher, José. Ach so. Hat man mich nicht? Nee, du hast ja kein Mikro im Mund. Ach so, 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 so. Nee, also wichtig wäre einfach mal... Ah, ich nehme das Mikrofon auf. Komm, hast du die Kamera mal weglegt? Ja, sehr gut. Nee, und zwar... Da müssen wir einfach wissen, bis wann sollte das eigentlich fertig sein, die Arbeiten. Was meint ihr? Wir haben jetzt erstmal noch keine Deadline gesetzt. Ja, ja, okay. Wie gesagt, wir sind ja da momentan noch ein bisschen in der Planung und am Sammeln, genau. Okay. Und dann wird sich das so einpendeln. Hoffe ich doch. Also, sagen wir mal, das grobe Ziel wäre dann eigentlich Ende des Jahres was fertig zu haben. Okay. Wolltest du jetzt schon einen Vertrag auf den Tisch legen, José? Nein, aber ich sage immer nur, die Künstler sind immer so, wenn ich weiß, dass ich Zeit habe, bin ich entspannter. Und dann sage ich immer, ah, es ist halt noch Morgenzeit und übermorgen. Ich bin unter Druck, bin ich besser. Ja. Ich mache dir dann kurz vorher, mache ich den mit dem Tisch. Ah, super, super. Dann empfehle ich mich. Deswegen, wenn der José fragt, weil du bist fertig sein, am besten jetzt sofort. Ja, genau. Dann zeichnet er dir jetzt... Wir hatten auch schon eine Sendung, da möchte ich gerade dran erinnern, da habe ich den José gebraucht für ein Hochzeitsgeschenk. Ja, stimmt. Und da hat der José während einer Sendung, ja, hat der mal locker flockig mir ein A3-Bild dahin gezaubert, was heute im Eingangsbereich im Haus meiner Schweren hängt. Da hat er während der Sendung gezeichnet, irgendwie so Hühner irgendwas mit... Hühner auf dem Fahrrad. Ja, Hühner auf dem Fahrrad mit so Luftballons und so ein Zeug. Hat er einfach so gezeichnet, währenddessen hat er so erzählt und sowas. Ja. Das ist ja, das ist ja sein weiblicher Alter, das ist ja Multitasking. Eigentlich, wie gesagt, ich zweifle ja an seinem Geschlecht. Eigentlich müsste er ja, eigentlich müsste er ja eine Frau sein, weil er kann zeichnen, reden, der kann dabei rechnen, naja, rechnen kann er sowieso nicht, aber irgendwie so Sachen halt. Das ist Multitasking. Das ist Multitalent, meinst du? Nein. Da habe ich dich ja sowieso rausgeholt, José. Nein, für meine Ausführung, Christian, ist es egal. Ich mache nochmal ein bisschen Musik. Das ist eine gute Idee, bevor du noch Wetter irgendwie quakelst. Richtig, bevor ich noch irgendeinen Wetter scheiß erzähle. Danach möchte ich dann aber nochmal gerne mit dem Comic-Stammtisch über ein Thema reden, was ich noch nicht genau weiß, aber ich werde es mir jetzt ausdenken, während das Lied läuft. Du bist ein cleverer Hund. Ja, los geht's. Schoki Banoki bei Radio Rheinwelle 92,5. Heute live aus dem Studio mit dem Comic-Stammtisch. Mit Steffen. Hallo. Das war aber ein krasses Hallo. Mit Marschall. Gude. Ja, das war schon besser. Und mit dem José. Yeah. Das war totale Scheiße. Christian und Sascha am Mikrofon. Was lachst du so blöd, Christian? Weil der José so abgeht. Wie ein Zäpfchen. Wie ein Zäpfchen. Wie ein Zäpfchen. Was wolltest du dir noch erzählen? Du hast irgendeine Frage, die wir überlegen wollen, die du jetzt aber immer noch nicht parat hast. Doch, 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 doch. Ich wollte noch fragen. Pass mal auf. Der Standort Frankfurt ist aber bekannt für viele, viele Künstler. Viele, viele Künstler. Welche Künstler aus dem Comic-Bereich, sagen wir mal so, die man so kennt oder die ganze Comic-Szene kennt, aber vielleicht auch jetzt nicht so unbedingt der typische Comic-Crack. Comic-Crack. Das ist eine Anastrophe, dir zuzuhören manchmal. Also die Crack-Comics, nein. Crack-Comics gibt es auch. Na gut, es gibt natürlich, im Laufe der Geschichte gab es natürlich in Frankfurt sehr viele Zeichner. Man muss halt überlegen, die ganze Titanic-Crew, die Leute wie Robert Gernhardt, Ludwig Poth, FK Wächter, Hans Draxler und so weiter, das waren, na gut, sagt dir alles nichts. Ich dachte, den Humor hättest du dir so zum Vorbild genommen für die... Ich habe keinen Humor. Ah, okay, gut. Jedenfalls, das war natürlich, das sind alles Namen gewesen, Bernd Pfarr natürlich, ja. Und jetzt ist es halt so, aktuell gibt es halt ein paar, die auch in verschiedenen Comic-Genres arbeiten oder Illustrations-Genres. Also wir haben zum Beispiel den Joscha Sauer mit seinen Nicht-Lustig-Comics, der im Internet angefangen hat mit seinen Online-Comics auf nichtlustig.de und dann mittlerweile bei Karlsson beziehungsweise Lappmann oder Lappmann beziehungsweise Karlsson, ist der jetzt ein Klumpatsch, zig Bücher veröffentlicht hat und immer wieder weiter und neu und ja, also der schon richtig sehr erfolgreich ist. Dann haben wir den Ingo Römmling, der hat eigentlich mit eigenen Illustrationen, eigenen Comics, auch zum Teil Internet-Strips angefangen. Er hat jetzt beim Splitter-Verlag eine tolle Serie, Malcolm Max, mit dem Schreiber Peter Menningen, der früher die bekannten Gespenster-Geschichten, viele von diesen kleinen Geschichten für die Heften geschrieben hat. Ja, jedenfalls diese Serie ist auch so ein Geisterjäger à la John Sinclair und das kommt sehr gut an und ja, der zeichnet nebenbei sogar noch für Star Wars, für diese Star Wars Rebels-Serie, eigentlich für Kinder, so ein Heft für Kinder mit Spielen und Plastik-Gimmicks vorne drauf und so ja und da macht er Geschichten praktisch für die Amis und ist schon gut im Geschäft der Junge und ja, dann Frankfurter Zeichner. Dann haben wir noch in der Umgebung von Frankfurt haben wir dann einige, wie zum Beispiel den Jose oder... Oh ja, das auch ja, Jose, das ist der jetzt echt genannt wird, ja. Ja, oder in der Hanauer-Ecke, den Rauti, ja, der auch in verschiedenen Zeitungen oder anderem in der, wo ist er drin, der Fatz, ne, ist das Fatz oder ist das Rundschau? Ne, Rundschau, glaub ich, Rundschau hat er da den, wen hat er da drin? Wie diese Kitten, ne, ne, ich glaub, der hat irgendwie diese Karottenrübe oder wie heißt der, Rüben, Rüben, Dingsbums, Nasen. Rauti, der sich jetzt unbedingt in Hashtag-i. Rauti, 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 Rauti. Wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Na ja, gut. Ja, jedenfalls, der ist also auch... Ja, und es gibt schon einige Leute halt in der Umgebung, man soll es gar nicht annehmen. Es gibt eine nette Anekdote zu Joschar Sauer. Vor etwa zwei Jahren oder drei Jahren war ich mit Rosi gemeinsam auf der Laptecker Buchmesse. Wir hatten da so einen Signiertisch gehabt. Rosi hat gezeichnet für drei Fans so irgendwie, hat er sowas gezeichnet. und der Joscha Sauer hatte den Tisch direkt neben uns, also wirklich nur so zwei Meter neben uns und seine Schlange ging bis raus. Wieso redest du jetzt über die Schlange? Seine Schlange ging bis raus. Nicht, seine Schlange hatte die Hose zu. Seine Schlange mit Fans. Ach so, der José war zu. Der José war zu und seine Schlange und er hatte die Hose, aber das erzähle ich überhaupt. Na ja, jedenfalls, die Fanschlange ging halt bis sonst wo und dann halbte er das so langsam ab. Es war dann irgendwann 18 Uhr und wir haben dann kurz mit dem Joscha irgendwas geredet. Was trinkst du heute? Ja, ich trinke Bier und ich trinke Modka, alles klar. Und da kam noch so ein Fan und hat uns so hinten gesagt, könnte ich noch ein Autogramm bekommen? Und der Joscha Sauer gleich so, ja klar. Und er dann so, nee, nee, von dem da, von José. Nein. Und der Joscha so, ach so, ja, sorry, kein Problem. Wie, José, hast du Familie in Leipzig? Nee, es war echt lustig gewesen. Nee, der Joscha, der füllt Seele, also mit seinen allein Signierschlangen. Mit seiner Schlange, ja. Macht ihr so einen Trickfilm? Jetzt macht er Trickfilm, ja genau. Das ist das Crowdfunding war das irgendwie, das ist durchgegangen, ja. Da gibt es ja auch, von Sauer gibt es ja Merchandising, da gibt es ja die, wie heißt die, ja, egal. Ihr habt vorhin gesagt, das ist der Comic-Stammschuss, einmal war das Thema Leute, die Comics sammeln und die Comics produzieren. Für mich als Nicht-Comic-Fan, also beziehungsweise, was heißt Nicht-Comic-Fan, ich habe keine Ahnung von Comics, ich habe natürlich auch Comics zu Hause gehabt früher. Und was hast du überhaupt Ahnung? Was für Comics hattest du denn zu Hause? Frag mal so. Lass mich rasten. Asterix, Naxx, so ein Roch da irgendwie. Naxx, nein. Der hat Abi, also muss er Asterix belegen. Genau, Asterix. Dann habe ich Lucky Luke zu Hause gehabt, der ist 70 Jahre alt. Wann habe ich heute gelernt? Habe ich heute gelernt? Fast so alt wie du. Und dann war ich mal in Wiesbaden unterwegs und da gab es auch, da saßen die Zeichner eines Comics und haben die Comics signiert. Dann habe ich das gekauft. Ich kann mich noch erinnern, es heißt Zeitzocker. Kennst du jetzt, oder? Ja, klar, das war ein Wiesbaden-Zeichner. Richtig, genau. Und sein Bruder, der Michelin-Busang. Der war auch zeitweise auf dem Stammtisch sogar. Ehrlich? Wir haben 1992 schon hier die Mainze und Wiesbaden-Comic-Tage gemacht. 92, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach nur dahin, weil da standen ganz viele Leute und da dachte ich, stell dich mal hin. Klar. Oh, da gibt es einen Comic, das kaufe ich mir. Und ich habe die beiden Zeichner. Ich kann dir auch sagen, wo das war. Da gab es nämlich damals so einen Laden, der hieß Gemini. Genau, und der hat neu aufgemacht. Und da war der garantiert, der Christoph garantiert nur wegen der Musik da, aber nicht wegen den Comics. Das stimmt sogar. Ich bin eigentlich ursprünglich wegen den CDs rein. Ein Multimedia-Fullzeichen. Das sind echte Comic-Profis. Ja, und da gab es ja auch noch Musik zum Zeitzugern, gell? Hier, die Rodger-Monitons haben nämlich schon auch eine CD dazu gemacht. Eine CD oder eine CD? Wenn ich einen Hut auf hätte, Marschall, würde ich ihn ziehen, ja. Aber ich habe gerade keinen Ausgleich. Das ging auch schlecht, weil dann würdest du oben den Kopfhörer runterziehen. Jetzt hast du mich beeindruckt. Jetzt hast du mich beeindruckt. Ich dachte jetzt echt, das wäre nicht schlecht, nicht schlecht. Nach der nächsten Musik reden wir mal weiter, wie es mit dem Comic-Stammtisch in den nächsten 30 Jahren weitergeben soll. Ja. Bin mal gespannt. Ja. Weil der Marschall... Wieder wird Lucky Luke schon hundern. Nee, das Problem ist ja, du wirst es ja nicht erleben. Deswegen musst du mal überlegen, was Posthum mit dem Comic-Stammtisch passieren sollte, wenn du dann nicht mehr da bist. Bevor es jetzt immer weitergeht mit der Musik, haben wir ein Problem. Ich möchte es ganz klar sagen, heute hat der Sascha CDs mitgebracht. Aha, jawohl. Und, guck mal. Ja, pass auf. Annette Louisan habe ich direkt raus sortiert. Das ist direkt weg. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen Jack Johnson und... Was ist das? John Jackson. Nach John Jackson. Söhne Mannheims. Na, herzlichen Glückwunsch. Das gestellte Mannheims. Nein, das machen wir jetzt auch nicht. Ja, da müssen wir jetzt durch. Und zwar... Geh davon aus, heißt das Lied. Habe ich mir mal rausgesucht. Ja, ja, ja. Vielleicht geht davon aber die Sendung aus. Das ist schlecht. Vielleicht geht davon die CD aus. Hoffen wir es besser. Für die Scheiß bitte bin ich zuständig. Also bis dann. Bis dann. Um 21 Uhr und 46 Minuten sind wir zurück bei Schoki Banoki aus den wunder, wunder, wunderschönen Studios bei Radio Rheinwelle. 92,5. So wunderschön ist es ja auch nicht. So ein bisschen, ja, ein bisschen rustikaler. Ja, relativ rustikal, geht so. Geht so. Viel Holz, viel Dämmstoffe. Aber egal, wir haben im Studio heute den Asbest, genau, den Asbest haben wir heute. Wir haben den Comic-Stammtisch aus Rackfurter Main da. Und zwar den Marschall, den Steffen, den José. Hi. Hi, ja, hi, José. Hi. Hi. Und der Sascha und ich sind die glücklichen Moderatoren, die so tolle Gäste haben. Steffen, was ist denn dein persönlicher, ich kann ihm gar nicht mehr zuhören, Steffen, was ist dein persönlicher Favorit in Bezug auf Comics? Dein persönlicher Favorit. Dein wirklich persönlicher. Dein eigener. Darauf fragst du was. Guck nicht zu Marschall. Dein eigener. Marschall, was ist denn sein Favorit? Was schmeckt mir? Was? Können wir eine Marschall dann nochmal fragen? Ich stoppe da, aber da reicht die Lantern. Und wenn es jetzt Walter Mörs ist, darfst du es sagen? Green Lantern oder Goofy? Beides. Oder Goofy Lantern. Also im Superheldenbereich ist es Green Lantern. Green Lantern? Kennst du? Green Lantern. Das kennt der Sascha nicht. Die grünen Laternen. Der Film war totale Scheiße. Ja. Der Film war nicht so prall. Und wenn es so ein bisschen um den Funny-Stil geht, dann ist es von Disney der Goofy. Der geht immer. Ja. So sagt er. Hurt, hurt. Hurt, hurt. Ja, genau. Hurt, 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 hurt. So lacht er genau. Ich kann es schlecht nachmachen. Du bist Fan, aber ich kann es nachmachen. Ja. Na ja, gut. Und das sind die beiden, ja? Also der Green Lantern oder wie du es gesagt hattest, Green Lantern. Nee, was? Bist du aus dem Osten? Echt? Echt? Bist du wirklich aus dem Osten? Oh, Green Lantern und die Güwi. So. Ich habe eben mal einen Glückskeks aufgemacht. Machen wir mal auf. Ich habe eben mal einen Glückskeks aufgemacht. Da steht drauf, krasser Spruch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt also, ich habe jetzt hier gerade einen Ostdeutsch gemacht. A Hörnschner und B Hörnschner. Und jetzt kriege ich von allen Ostdeutschen Zuhörern eine rein. So, wer A sagt, muss auch B sagen. Zack. Ich glaube, ich kriege keine rein. Du hast eigentlich verdient. So. Green Lantern und Güwi. Rosé, was ist dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter. Ja. Der Elefant. Ich bin der von der Sendung und der Mars. Nee, ich bin Paul und Konrad von Ralf Königbruch. Guck mal hier, jetzt macht der ja noch Intellektuell. Ja, Paul und Konrad und Ralf Königbruch. Nein, den finde ich lustig. Und der Marschall? Jetzt geht das wieder los. Drei Stunden Zeit noch. Nee, also das Mikro senkt sich. Nee, gut, mein Lieblingscomic ist einfach der, der mich damals in Comics sammeln auch bewegt hat. Das ist Luc Arion. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die kaum ein Mensch kennen wird hier. Aber eine, die mich damals sehr begeisternd inspiriert hat. Inspiriert für was? Jetzt mach nicht wieder diese Witze mit dem Asbest und mit dem Best-S. Das ist alles nichts. Geheimnis, oder? Aber sagst du trotzdem nicht. Ja, das hat mir einfach gefallen. Zeichenricht, Story-mäßig und ja, und dann ging es da los. Ja, das ist, ja, halt ein Science-Fiction, ja. Ein Wissenschaftler, die einen fremden Planeten halt bereisen und da halt so ein bisschen für Stimmung sagen. Und du hast gedacht, der Planet, der ist mir im Nix. Der fremde Planet? Ja. Vielleicht die fremden Planetenschönheiten, man weiß es nicht. Die fremden Planetenbewohnerinnen. Genau. Ah, ich verstehe. Das ist mir so schön. Clever. Sascha, hast du Lieblingscomic? Ja. Ich hab ja jetzt eben schon geplaudert, ja. Ja. Ich hab mich heute mit dem Hulk, mit dem Hulk, sag ich schon. Ich hab mich heute schon mit dem José drüber gehalten, wenn du Superheld wärst, was wärst du denn für ein Superheld? Sagt er, der Hulk. Zieh doch mal den José an. Der ist nicht der Hulk. Aber er sagt, wenn ich ein Comic, ein Superheld wäre, dann wäre ich der Hulk. Erzähl mal jetzt mal, warum. Ja, weil der José ein bisschen zurückhaltend unscheinbar ist, aber wenn du den wütend machst, wird der echt pissig, José. Genau, das hab ich auch gesagt. Ich glaub eher, der ist grün verneid auf dich, Sascha. Ich hab gesagt, eigentlich Oscar, die Supermaus, ja, hier, Ehe. Und ich bin so He-Man. He-Man. Ja, He-Man. He-Man war, ich weiß nur, dass er große Titten hat und blond war und lange Haare. Und das, ja, das trifft zu. Also, blond ist er zwar nicht, aber die Titten stimmen. Was für Titten? Meine Action-Figur hatte Matt als Barbie, ohne Scheiß. Ist so. Christian, wenn du ein Superheld wärst. Ich bin nur einer. Ein Comic-Held. Ich bin einer. Einer von den Bekannten. Einer von den Bekannten, ja. Was wärst du dann für ein Superheld? Saber Rider. Was für ein Ding? Saber Rider. Sag's nochmal und ich versteh's trotzdem nicht. Saber Rider. Er macht's wirklich. Erklär doch mal. Und die Star-Sheriffs. Genau. Kennt ihr den? Saber Rider. Ja, das war eine Zeugnis-Serie. Genau. Saber Rider? Nein. Also Ostern oder was? Nee, nicht Ostern. Saber Rider. Ich hab früher... Ich hab früher... Silver Server bekannt. Saber Rider. Silver Rider. Saber Rider. Du kennst es schlecht. Das ist ein Insider. Das kennen nur Kenner. Ja, ein Stasi-Server. Kennst du den? Silverserver gibt's auch. Der Ost-Variante ist der Stasi-Server. Ist ja geil. Nein, ich wäre ein Supergeheimagent wär's. Supergeheimagent mit supergeheimen Kräften, die ich nicht sagen kann, weil da müsst ihr euch umbringen. So geheim, dass du es weißt. Ja. Boah, Alter, du laberst einen Rotz zusammen. Ja. Also nicht nur heute. Nicht nur heute, das ist ja Grundthema. Deswegen bist du ja auch im Radio. Richtig. Ich hab kein... Ich hab mehr ein Radiogesicht und deswegen bin ich hier. Leider ja. Leider ja. Ja, wir haben ja gleich nochmal Musik und dann kommen wir schon zum Ende der Sendung. Wir haben ja schon 21 Uhr 52 Minuten. Dann möchte ich nochmal ganz zum Schluss nach dieser Musik, die der Sascha wieder hier mitgebracht hat, die ich mir schon mal am Rand erwähne. Ah, das ist ein Knaller. Ja, super. Möchte ich dann nochmal kurze Zusammenfassung machen, sodass alle Zuhörer, die jetzt das zugestellt haben, wissen, wo man alles erfahren kann über den Comic-Stammtisch. Du machst das so gut, Christian. Ich weiß. Hoffentlich ist es bald zu Ende. Ich drück jetzt den Knopf. Oh Gott, Sascha, was hast du da mitgebracht? Oh Gott, Sascha. Radio Rheinwelle hier mit Shoki Banoki. Und der Christian, der ist heute in Hochform. Ja, weil der Sascha so tolle Musik mitgebracht hat. Ganz klasse. Ja, wir haben heute den Comic-Stammtisch hier zu Besuch gehabt. War bisher eine super coole Sendung. Wir haben nur noch fünf Minuten Sendezeit. Der José war auch da. Der hat die ganze Zeit Kamerakind gespielt hier neben uns. Den Film zur Sendung kann man auch bald auf YouTube unter dem Kanal Shoki Banoki sich anschauen. Der Marschall und der Steffen sind da dann zu sehen. Und der José und natürlich der Christian und Icke. Und natürlich www.shoki-banoki.de, ganz wichtig. Ich wollte gerade sagen, auf unserer Homepage www.shoki-banoki.de findet ihr auch den Link zu unserer Facebook-Seite. Ihr findet unsere E-Mail-Adresse shoki-banoki-at-gmx.de. Und vernachlässigt auch nicht die Facebook-Seite von José und mir. José und Sascha heißt die. Die natürlich unter den Link-Tipps unter www.shoki-banoki.de aufgeführt ist. Hammerhart, wie du es drauf hast. Als wäre es auswendig gelernt. Als ob ich es vorbereitet hätte für die Sendung. Bei José und Sascha gibt es jeden Tag ein Cartoon. Jeden Tag ein Cartoon und noch ein bisschen mehr. Das heißt, man kann ein bisschen rätseln, man kann ein bisschen lachen. Und das Beste ist... Sag, was ist das Beste, Christian? Die ist einfach so überragend, diese Seite. Dann fallen mir keine Worte ein. Super, ja, genau. Aber wie kommen wir denn zu einem Comic-Stammtisch? Wie kommen wir denn da hin? Über die Seite comic-community.de. Auch bald verlinkt. Auch bald natürlich verlinkt auf shoki-banoki.de. Comic-community.de. Da haben wir das doch auch erledigt. Genau. Und da kann man sich auch melden, wenn ich jetzt beispielsweise hier zuhöre. Ich bin ein talentierter Comic-Zeichner aus dem Raum Wiesbaden. Bist du doch gar nicht. Nein, ich rede jetzt von einer imaginären Person. Ich nenne sie mal... José 2. José 2.0. Der kleine José 2.0 sitzt jetzt hier irgendwo in Wiesbaden. Schierstein, Frankfurt-Höchsen, Mainz-Mombach zum Beispiel. Und sagt, hier, das sind Jungs, die will ich mal kennenlernen. Gleichgesinnte. Nicht, weil sie Jungs sind, sondern weil sie Comics mögen. Ja, genau. Auch Mädels sind willkommen. Auch Mädels sind auch willkommen. Also es könnte auch die Roseline 2.0 zuhören, ja? Moment, die Roseline 2.0. Oh, ich hab das im Auge wegen dir jetzt. Also kann man auch vorbeikommen. Beim Comic-Stammtisch. Genau, Frankfurt. Jeden ersten Dienstag in Frankfurt im Metropolitan. Metropol am Dom. Am Dom, direkt neben dem Caricatura-Museum. Genau. Wenn man da mal kurz... Wenn man da mal so kurz reingeht, dann sieht man... Abstechen will, ja. Wenn man jemanden abstechen will. Was sagst du? Abstecher. Ein Abstecher machen will, ja. Ein Stecher. Abstecher. Ja, okay. Gut. Ja, jetzt sind wir schon in der Sendung. Ja. Knaller, oder? Den Ruckzuck. Christian war mir echt... Wie sagst du immer? Ich sag immer, es war mir ein zweifelhaftes Vergnügen, Sascha, mit dir wieder eine Sendung zu machen, ja. Jungs, wenn ihr jetzt rausgeht, die kreischenden Mädels, die warten auf Sascha und mich. Also macht euch da keine... Dann geht ihr einfach außen vorbei. Wenn ihr noch ein bisschen wartet, wenn wir rausgehen, könnt ihr... Die sind ja auch halb so alt wie wir. Was wollen wir mit denen? Ja, die sind halb so alt, haben feste Brüste. Was wollt ihr mit denen? Oh Gott. Gut. Steffen, Marschall, hat mich gefreut. Ja. Uns auch. Die Sendung werden wir euch natürlich auch zur Verfügung stellen, sodass ihr damit ein bisschen Schabernack treiben könnt im Internet, wenn ihr wollt. Ja, der Steffen ist auch froh, dass nächstes Jahr wieder Stammtisch ist. Ja, genau. Kann er wieder einen heben hier? Immer, dass du machst, ne? Richtig. Dann sagen wir, Cheerio, Miss Sophie. Christian, was sagst du? Bis bald. Das ist doch schön. Abspann. Abspann. Dann darf ich auch noch was sagen. früh. Shockey. Bäh! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.